was soll ich euch sagen eigentlich total langweilig der markt er macht nämlich genau das wie ihm geheißen er durchlebt im moment die abwärtsbewegung die auch noch völlig in ordnung ist solange wir da nicht deutlich tiefer gehen er erinnert euch an die marken die ich immer wieder angesprochen habe am dax ist das ungefähr 15.100 ganz grob gesprochen das wäre irgendwie aus charttechnischer sicht die einladung an alle die charttechnisch unterwegs sind viele sagen immer wieso soll der chart mir sagen was passiert der chart sagt natürlich überhaupt nichts dem ist das völlig wurscht aber viele marktteilnehmer gucken drauf und wenn bestimmte marken durchstoßen werden die eigentlich eine möglichkeit böten zu drehen also eine möglichkeit böten wieder einzusteigen wenn die marktteilnehmer diese chance aber nicht nutzen wenn sie sagen es mir völlig wurscht ob da eine unterstützung ist und der markt da drehen kann ich verkaufe dann ist das ein ziemlich klares signal also machen uns nichts vor es sind die marktteilnehmer die natürlich die entscheidung treffen es ist nicht der chart nicht irgendeine linie aber wir können natürlich gucken in welchen bereichen an welchen stellen marktteilnehmer irgendetwas tun und da ist es nicht ganz untypisch dass sie das auf relativ ähnliche art und weise immer wieder tun und dass sie sich an bestimmten marken orientieren die nächste marke die mir dazu auffällt ist ungefähr bei 15.400 das muss nicht auf einen millimeter genauso weit sein das kann auch noch ein bisschen tiefer gehen wir haben noch weitere marken die hier vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer eben deuten ihr seht dass 300 200 irgendwie sowas in dem bereich nur wenn wir unter die 15.100 gehen dann ist es irgendwo so tief dass man sagt sind wir wirklich noch im selben boot das ist nicht der beweis dass der kurs dann in die tiefe stürzt aber ich höre immer wieder von institutionellen ja auch handelspartnern oder institutionellen händlern und entscheidungen entscheidern dass sie sagen naja datenseitig sieht es nicht gut aus werden über die geldmenge schon gesprochen werden über die sm-daten gesprochen jetzt ist china noch mit dazu gekommen sieht auch nicht so doll aus der eine wachstumsmotor ist export ja der liegt da nieder der andere wachstumsmotor ist der der bau der wohnungsbau aber auch im rahmen der infrastruktur läuft auch nicht so gut im gegenteil da gibt es den ein oder anderen zahlungsausfall schon also man macht sich durchaus sorgen und das kann dazu führen dass wenn die markteilnehmer sagen irgendwie sind wir nicht gut drauf dass das dann natürlich nach unten irgendwas ausschlägt und dann die markteilnehmer sagen jetzt haben wir die faxen dicke jetzt gehen wir da entsprechend raus der sommer bietet sich ein bisschen dafür an das volumen ist tendenziell niedriger viele warten drauf was passiert die fett ist diesen monat auch nicht unterwegs wir haben immerhin mal von brix was zu hören und eine gewisse chance dass von der seite aus was passiert das ist auf der einen seite spannend allerdings muss ich sagen ich höre immer wieder jetzt von jörg gehört dass sie institutionellen das eigentlich relativ locker sehen ich weiß man kann das sehr dramatisieren und es wird ja auch häufig dramatisiert das wird jetzt ganz schlimm und ich kann mir das durchaus vorstellen aber viele institutionelle markteilnehmer sagen ja die kochen auch erst mal nur mit wasser das kann später ja dramatisch werden aber das ist vorläufig erst noch mal so weit weg bis da irgendwas sinnvoll funktioniert so schnell gehen tanker super tanker also sprich große volkswirtschaften nicht auf die bremse oder in die kurve das wird eine ganze weile dauern also insofern von der seite aus ist aktuell zumindest mal noch nicht so richtig die fürchtung dass man da jetzt kurzfristig reagieren muss und die notenbanken insbesondere jetzt mal die fett natürlich mit den überlegungen die allerdings erst im september kommen das zieht sich noch eine weile und da ist natürlich die gefahr groß dass jetzt quasi versehentlich bei dünnen volumen irgendwelche marken getriggert werden relativ groß noch müssen wir uns darüber keine gedanken machen wir sind noch safe davon entfernt also wir sehen die abwärts richtung da ist eben dieser platz noch da wir müssen allerdings damit rechnen ich hatte es hier mal so angedeutet dass es in etwa so aussieht das wäre ein einigermaßen standardverfahren dass der markt so halbwegs so in diese richtung das vielleicht gestalten mag in der nahen zukunft dann seht ihr also dann kommen wir in diesen bereich ziemlich wahrscheinlich müsste den ein bisschen breiter machen das ist also jetzt nicht so von der zeit exakt auf das datiert aber ich sag mal so vorsichtig irgendwie sowas hier das wäre jetzt nicht irgendwie absonderlich da kann man jetzt nicht sagen ja nee das ist ja das geht nicht das ist völlig doof das normales korrektur verhalten so ähnlich ja im prinzip das was wir hier eben hatten das ist also ihr seht das jetzt gar nicht so was außergewöhnliches also was wir hier im großen im großen hier hatten quasi diese geschichte ist das was wir hier in eine nummer kleiner hatten beispielsweise also ihr seht das das ist nicht so außergewöhnlich dass das passiert so also abwärtsseite die ist dann noch am laufen wir können mal ganz kurz auf den dax future gucken hier das ist ja für den handel insbesondere so intra day vielleicht ein bisschen relevanter wir sehen die recht starke abwärtsbewegung zuletzt jetzt wir sehen ist das wackelig hoch naja wackeliger als die aufwärtsrichtung ich mag etwas mehr struktur viele von euch haben meinen trade vorschlag zu erdgas gesehen den habt ihr vielleicht auch schon nachvollzogen in welcher form auch immer das ist ja keine aufforderung ihr müsst das jetzt auch unbedingt handeln aber zumindest mal angucken wie das aussieht es sah relativ mustergültig aus aber im index update am nachmittag hat das nichts verloren deshalb habt euch entweder das von mir über telegram schicken lassen oder eben im trade des tages angeschaut da stehen ja an alle möglichen marken drin ein bisschen ähnlich ist das was wir hier haben allerdings der unterschied ist wir sind da schon so halbwegs unterwegs aber auch hier das ist drei wellig spricht also eher für die abwärtsseite also richtig sauber ist dieses bild nicht nicht so schön wie beim erdgas aber es ist zumindest mal keine einladung irgendwie an die long seite wenn ich mir das jetzt hier angucke habe ich eher nicht den eindruck wir sehen maßgeblich ist das eher drei wellig das ist wohl eher drei wellig auf der anderen seite haben wir auf der abwärtsseite starke bewegung wackelige bewegung nach oben hier sieht man es nicht ganz so genau aber wenn ich mit dem finger hier so ein bisschen genauer nachzeichnen ist das auch eher nicht so der bullenmarkt also man hat nicht den eindruck dass die marktteilnehmer vor kraft strotzen und sagen mensch wir wollen jetzt unbedingt loslegen also rechnet damit dass das eben noch in die typischen bereiche hier rein fällt die viele von euch haben es in erinnerung ich habe so häufig jetzt erwähnt aber merkt euch 15.400 plus minus da geht ein bisschen 100 zu not auch 200 tiefer kritisch so um die 15.100 und wenn er das nach unten verlässt dann auf jeden fall dann gehen große türchen wieder auf oder tore auf für deutlich niedrige kurse das ist in amerika gar nicht so groß unterschiedlich das ist der da auch der wir hatten darüber gesprochen das sah hier so halbwegs gut aus allerdings eher korrektiv man sieht es hier nicht so gut aber intra intra chart mäßig kann man das so halbwegs erkennen also das ist noch nicht so richtig der anstieg gewesen alles hier komm ich zeige es noch mal ganz kurz hier im kürzerfristigen chart ihr seht das hier guckt euch mal das an das ist wackeliges gewurscht mit 1000 überschneidungen das ist keine gute motivation für den anstieg und dementsprechend läuft der markt eben noch nach unten aber jetzt nach mir geht ich möchte eigentlich nicht mehr 34.800 hier jetzt also ein bisschen unterschießen dafür warum das jetzt du willst doch immer dass es überlappungsfrei ist also überschneidungsfrei ich mache mal vereinfacht so wie hier und hier die überschneiden sich nicht der ist höher als der das ist ein gutes zeichen was wäre denn jetzt wenn diese und diese geschichte sich überschneiden wenn sie sich ein bisschen überschneiden ist das okay das darf auf kleinerer ebene durchaus sein ja also noch mal als beispiel hier haben wir eine große korrektur und hier haben eine kleine dass die sich überschneiden ist gar nicht untypisch nur gleich große die sollten sich nicht überschneiden und deshalb diese grüne linie hier die symbolisiert quasi diese größe die wir hier haben solange wir oberhalb dieser marke sind ist wir sind wir kleiner in der korrektur dann wenn er dann überschneidet okay also ein bisschen überschneiden ist okay wenn er aber tiefer geht sind wir gleiche größe als die hier gleiche größe wie die hier und dementsprechend wäre das dann überschneidend gleich groß nicht so doll das ist nicht zwingend das ende des abendlandes aber man muss davon ausgehen dass der markt dadurch die chance hat beschädigt zu werden dass dann marktteilnehmer sagen ich habe es immer gewusst die daten sehen doch doof aus jetzt gehe ich lieber raus also das kann durchaus dafür sorgen dass marktteilnehmer die technisch orientiert sind und es gibt den einen oder anderen der das macht dass er dann sagen so jetzt schließe ich mal vorsichtshalber position und wenn das mal losgeht kaskadiert sich das schnell in einen bärenmarkt dann wird es unter umständen noch mal schlimm bis dahin erstmal unkritisch ab da aufpassen ja da eventuell gewinne mitnehmen die ihr gemacht habt hier auf dem aufwärts abend von einzelaktien oder vom gesamtindex je nachdem was hier handelt oder wenn ihr sagen ich schließe um gerne position dann lasst sie ja laufen richtet euch aber auch shorties ein kauft euch zum beispiel short cfds also verkauft cfds sozusagen so dass ihr ein shorty drin habt kauft euch gegebenenfalls ein bärenhebel zertifikat knockout was auch immer ihr da bevorzugt einfach damit ihr die verluste die ihr dann auf der long seite macht gegen rechnen könnt mit den gewinnen dann in dem in dem anderen papier das müsst ihr selber gucken was dafür sinnvoll ist aber ab da wird das interessant 34.800 ich habe den grund gerade noch mal genannt im intraday handel ja guckt euch an ist da begeisterung für die aufwärtsseite wer sie sieht rufe hier also ich weiß nicht ich sehe da noch nichts was wirklich toll ist wo man jetzt wirklich sagt da ist begeisterung da hier gab es das mal bewusst mal so ein beispiel ich möchte nämlich nicht dass ihr den einbruch habt ein druck habt mit der variante die ich euch hier immer zeige kann man nicht mehr negativ sein das hat mit handel nicht zu tun viele wünschen sich das und sagen wenn man berufstätig ist so wie du das ich mache das seit 30 jahren als berufshändler und institutioneller händler über 20 jahre wenn man wenn ich das jetzt hier sehe auch wir machen und auch andere natürlich regelmäßig dazwischen die verlust trades hier zum beispiel ist ein wunderschöner anstieg das war ein rücksetzer klassisch da rein wo er hin soll irgendwie in die mitte manche einer wäre hier long gegangen und wäre dann entsprechend hier ausgestoppt beispielsweise oder am tief wenn ihr das dahin setzt wir machen ja mal die 78er marke oder eben gegebenenfalls irgendwie nachzug mäßig da gibt es ja verschiedene varianten vielleicht parabolik vielleicht was weiß ich was manche einer macht alien wellen mäßig sagt also diese korrektur dürfen nicht mehr unterschreiten und schon habt ihr euer risiko schon mal halbiert aber wenn es gut gegangen wäre hättet ihr entsprechende diese gewinnweite und wenn es nicht gut geht habt ihr irgendwie diese verlustweite oder vielleicht auch ein bisschen größer also ihr seht es kommt nicht darauf an das immer richtig zu haben aber ihr habt eine ganz gute orientierung dass es meistens ja doch einigermaßen sinnvoll funktioniert also insofern aktuell der dow jones nicht wirklich auch nicht auf der kleinen zeit eben einladen für käufe ist es was für shorties naja wenn ihr einen schub habt und das geht wackelig irgendwie hoch dann könnt ihr natürlich noch mal versuchen allerdings denkt dran die nächste relevante unterstützung ist nah natürlich wenn es durchfällt würde sich jetzt ein shorty lohnen das wissen wir aber ja nicht ob es durchfällt und ich handel gerne in eine richtung in der wartungshaltung der muster mit dem kopf durch die wand na also dann lieber nicht mehr eine neue position eröffnen sondern nachdem er das getan hat aber da gibt es natürlich verschiedene ansätze entscheidet euch was für euch da am sinnvollsten ist also für die shortseite wenn dann höchstens im ganz kurzfristigen bereich da was machen wenn das bild sich entsprechend da entwickelt beim s&p sieht es auch nicht so doll aus wir hatten ja hier diese unterstützungsmarke mal da haben die markteilnehmer gesagt interessiert uns nicht unterstützung nein also wir wollen nicht kaufen aktuell das ist ein zeichen das ist ein zeichen dass die markteilnehmer aktuell nicht stark unterwegs sind sie hatten ja noch ein bisschen gezögert man sieht das an der wackelei hier wir hatten so einigen kleinere und eben wie gesagt diese größeren marken 4500 ist da eine entscheidende aus den zwischenhochs von mitte juni ende juni oder was war es anfang juli da hätte der markt wenn die markteilnehmer wirklich gesagt hätten es aber eine pause gemacht super jetzt können wir endlich weiter hätten sie hier loslegen können haben sie aber nicht gemacht als sie waren da nicht mutig nicht aggressiv genug um da entsprechend mitzumachen ja okay wenn sie das halt nicht machen dann ist das schon ein zeichen dass sie noch nicht auf der bullenseite angekommen sind also das bild dax beim dao auch beim s&p ist da relativ einheitlich noch ist der bullenmarkt nicht wirklich gegeben noch ist es eher so dass die aufwärtsbewegungen ganz schön wackelig sind überschneiden korrektiv also da ist noch null motivation für die long seite mit dabei ist ist wohl noch die abwärts seite hier habe ich jetzt keine so enge killer marke also eine absolute killer marke habe ich hier bei 4200 wenn er da unterschneidet also da drunter geht sozusagen unter die hochs von dezember und februar dann finde ich das alles andere als gut solange wir oberhalb sind okay aber ist noch sehr weit weg also hier habe ich keine so gute stopp idee wie man das ganze machen kann man kann natürlich auch hier mit irgendwelchen nachziehstops operieren dass man sagt solange es läuft ist gut aber da wären die engeren schon getriggert worden super trend parabolik sind so klassiker ansonsten naja mal gucken also das ist nicht so schön dass wir da durch sind das heißt nämlich dass diese größenordnung die wir die ja die die wir hier hatten einfach vom markt nicht akzeptiert sind es als die nächste wäre diese größe und die bringt uns gerne also das ist hier vom februar bis märz der rücksetzer den wir hatten und die brächte uns in den bereich 4300 und sogar noch ein klein bisschen tiefer okay mutig wer jetzt kauft das kann natürlich passieren dass der markt dreht wenn ihr dazugehört und sagt nein ich bin berufsbulle ich glaube daran dass der markt nach oben geht ich bin da grundsätzlich nicht dagegen wer weiß denn was als nächstes passiert wenn es aber passiert mein dringender tipp lasst euch das egal auf welche aber auf irgendeiner zeitstufe bestätigen und wenn das hier im 15 minuten chart schub hoch wackelig ist und ihr dann sagt okay ich versuche das mal in der erwartungshaltung dass ich sowas hier noch mal kriege und wenn er dann wie hier nicht ganz so weit kommt dann könnt ihr immer noch sagen naja gut irgendwie ziehe ich da den stopp hinterher teuer wird es zumindest meine ich muss ja nicht immer gleich perfekt sein aber dann habt ihr einen besseren ansatzpunkt jetzt hier in diese fallende geschichte hier die position zu eröffnen finde ich nicht so smart ehrlich gesagt so dann haben wir noch den letzten hier das ist der nasdaq gucken wir da noch mal drauf da hatten wir mehrfach diese zone angesprochen die irgendwo im bereich von 15.100 was haben wir da naja 15.060 das ist jetzt hier auf dem future bis runter 14.775 das ist jetzt nicht so genau wie ich das genannt habe aber in diesem bereich wäre das vergleichbar mit dieser korrektur alles noch in ordnung so eine korrektur darf auch mal machen das ist überhaupt nicht böse nur viel tiefer das ist leider nicht millimeterarbeit wer jetzt hier also sagt okay einen punkt tiefer mache ich den stopp vorsichtig die sind ähnlich groß die sind nicht exakt gleich groß ja also die charttechniker gehen nicht davon aus der war so und so viele punkte dann ist das exakt gleich groß aber es sollte ungefähr ich sage mal in der gleichen liga spielen ähnliche größe haben das ist hier gegeben also noch ist alles nicht schlimm aber ihr seht wir kommen so langsam in den bereich wo es geht so jetzt das ist wie bei einer fußballveranstaltung veranstaltung mit fußball man liegt vielleicht mit einem tor hinten und sagt sich okay eine viertelstunde noch jetzt gilt es langsam jetzt müssen wir kohle nachlegen damit wir die bewegung dann jetzt hier kriegen beziehungsweise da noch das spiel dann eben noch wenden können das wird jetzt so langsam also spannung ist angesagt jetzt gilt es langsam nachzulegen und ein bisschen hier power reinzubringen naja kohle nachlegen ist nicht mehr modern man sagt dann holt die solarpanel raus wir brauchen power für den anstieg na gut also lassen wir das mal so stehen ich will jetzt hier niemanden gefühle verletzen aber egal wie auf jeden fall wir brauchen jetzt so langsam die käufer wieder zurück ich hoffe dass genügend aus dem urlaub zurückgekehrt sind die dann eben sagen können ja okay jetzt haben wir die pause gesehen jetzt gilt was ich hier im nahkampf chart sehe gefällt mir noch übersichtlich gut ich weiß es nicht findet ihr das irgendwie toll für die buddische seite also ich sehe das nicht auch hier gilt fände ich es am schönsten und am offensichtlichsten wenn der markt irgendwie sowas macht dann wirklich kann man ohne weiteste mal reingehen das ist nicht immer so schön deshalb die einladung an euch wenn es beim nasdaq super aussieht handelt ihr das beim nasdaq wenn das beim s&p gut aussieht dann handelt ihr halt den s&p nehmt den markt der dieses bild am schönsten abbildet ist doch völlig wurscht ob ihr den einen oder den anderen oder nochmal einen anderen handelt es soll schön aussehen die marktteilnehmer sollten sich da committed haben wie man neudeutsch sagt sich festgelegt haben und dann eben sagen okay ab jetzt komm ich bin mit an bord jetzt mache ich mit noch ist das nicht der fall also ein bisschen vorsicht ist noch angesagt die längerfristigen denkt dran stop so langsam aber sicher 15.000 5 14.500 etwa perfekt wird man es nicht erwischen aber irgendwo so da in den bereich das solltet ihr vielleicht im hinterkopf mal haben dass das nicht die schlechteste idee wäre solange es oberhalb ist würde ich aber jetzt nicht in panik geraten und sagen oh gott oh gott jetzt kommt so dumm und gomorra ganz sicher das bild wäre noch für eine wende gut die darf ja auch noch ein klein bisschen tiefer gehen bis es dann endlich losgeht in diesem sinne dass euer depot nicht ein klein bisschen tiefer geht sondern ewig auf dem aufwärts arm unterwegs ist ich drücke euch die daumen ganz liebe grüße bis zum nächsten mal